Gut, das war Teil 1. Das heißt, es gibt noch Teil 2. Das ist dann... ja, gut. Ich zerstöre mich trotzdem erstmal hier oben den ganzen Rest. Da kommt nicht dieser... So, da sind schon wieder diese scheiß Minen. Warum bist du da hingegangen? Ich habe extra... So, machen wir es halt eben so. Du bewegst dich nach vorne. Hier macht einfach komplettes Feuer einstellen. Den bitte einmal auspacken. Und die zerstört das mal. Dankeschön. Dankeschön. Mammutpanzer. So. Und die oben weiter zerstören, damit Nod mich trotzdem nicht weiter nervt. Die haben hier immer noch irgendwas. Um die... Warnung, Spaltgenerator geortet. Oh, ja genau. Ach, leck mich doch. Diese Tricks. Not. Feindliche Stützung in Sicht. Erstmal haben die noch solche Dinge... Ah. Ziemlich Venoms. Worauf warten wir? Unterwegs. Nähe an uns Vorsicht. Hallo? Warum macht hier nichts? Funktionieren die Luftgräder? Achso, weil... Dingsbums. Dingsbums halt. Dingsbums halt. Das und das. Kann ich aber die auch größtags, glaube ich, ignorieren. Mammutpanzer. Mammut rückt vor. Okay. Unbesiegbar. Ah. Mammut einsatzbereit. Okay. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Einheit wird angegriffen. Macht sie klart. Gebe! Melde uns zum Dienst. Okay. Da kommen natürlich noch so paar Schäfchen. Feindliche Stützpunkt? Sichtbaure ist er die mit Luftverteidigung. Haut ab. Allesamt. haut alle ab ja was ihr da oben so seht oder so hallo macht ihr nix ich hab Angst vor diesem Spaltgenerator der feuer aktiv wird bau abgeschlossen neue bauoptionen wird gebaut bau unterbrochen Energie ich brauche alles mögliche ich wette der kommt irgendwie genau hier rein und zerstört mir alles und warum hast du nix dann mal los systeme bereit so ich brauche die firehawks bau abgeschlossen wird gebaut geladen der Spaltgenerator macht mir auch alles kaputt bau abgeschlossen wirklich alles jetzt fahr doch einheit bereit und auspacken das problem ist dass die halt eben ähm getarnte einheiten orten können das macht es sehr unverteilhaft und natürlich greifen die jetzt an warum warum greift die jetzt an und einheit befördert ja Mammutpanzer bereit feindliche einheiten in sich was für uns spaß auf zur front kaum noch ein firehawk wie ist unsere position ja weil versuche ich es mit dem hoch zu kommen irgendwie ah dass da hoffentlich nichts ist ja roger scharfschützen team bleiben außer sicht ja zurück zur basis bereit wo ist unser nächstes ziel gegen eine nähe sind unterwegs das sieht nicht schön aus überleben die das hier scheiße ne war klar der spaltgenerator wird mir gleich alles kaputt machen das heißt hauptsächlich hat meine einheit nicht in der basis das unaufhaltsam feindliche einheiten in sich und dass er wird repariert warten auf zielkoordinat euer kurz bestätigt fliegen zum zielgebiet einheit wird angegriffen so wird repariert einheit verloren meine befehle kleiner machen kleiner machen einheit befördert dass die dann mitkommen zum reparieren einheit wird angegriffen unbesiegbar bereit feuer fix fern preis die einheiten in sich verstanden drittbasis in zehn sekunden einheit wird angegriffen Warnung, Spaltgenerator aktiviert. Unsere Basis wird angegriffen. Zu wenig Energie. Sammler verloren. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Genau das hatte ich befürchtet. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer. Was für ein Spaß. Auf sieh. Rigg einsatzbereit. So du packst dich einfach mal aus. So weit du kannst. Bitte irgendwo auspacken. Bitte. Bitte. Danke. Neue Bauoptionen. Warten auf Einsatzbefehl. Der gehört mir. Und ihr müsst unbedingt da hin. Bereit. Einheit wird angegriffen. Auf zur Front. Ruhe Tiberium benutzen. In Sicht weiter. Einheit verloren. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Völlige Überlegung. Einheit befördert. So. Auf zur Front. Völlige Überlegenheit. Letzte was ich hab ne. Mammutpanzer bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Das ist zerstört. Das ist schön. Bereit. Fahrenprobleme. Sammler wird angegriffen. Vorsicht. Ach. Warten auf Zielkoordinaten. Ich muss mit dem jetzt klarkommen. Obwohl. Kann ich ja doch. Zerstört das. Einheit wird angegriffen. Zerstört das einfach. Oh. Schafft. Initialisiere Videoabschluss. Wir haben gewonnen. Oh Gott. Nervig. Okay. Die GDI hat einen fantastischen Sieg errungen. Und die Invasoren hoffentlich entscheidend vernichtet. Sehr gut, Commander. Alle Achtung. Sie haben die Invasoren geschlagen. Und zwar auf die richtige Art. Alle Türme sind zerstört. Bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns. Und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding schon uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Übrigens, haben Sie schon gehört? Boyle ist zurückgetreten, Commander. Er wäre sonst vor das Kriegsgericht zitiert worden wegen des Einsatzes der Tiberium-Bombe. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber die GDI hat eine neue Führung und neue Hoffnung. Sie sind ein Held, Commander. Und man wird sie ewig im Gedächtnis behalten. Sie gehen in die Geschichte ein. Gut. Dann haben wir jetzt beide Händen gesehen. Und dann geht es morgen mit Not. Der Not-Kampagne war da. Oh, da. Eigentlich würde man nur die GDI und die Not-Kampagne sehen. Und erst wenn man beide Kampagnen abgeschlossen hat, sieht man dann die Screen-Kampagne. Gut. Ich bedanke mich, dass wir das Fusssehen sehen. Das war GDI mit Commander Conker 3, die Viering Wars. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank.